Und, habt ihr zwei alles schon durchgeführt? Ja, alles Diamant. Na ja, dann ist das kein Problem. Okay, wir melden uns nachher nochmal. Tschüss. Komm Maik. Guck mal wie alt der ist. Wie alt kann sein? Wie alt kann ich eigentlich sein? Wow. Kleines Video heute. Hier in Neustadt, oh. Neustadt-Dosse. Travel Masters. Und ab geht's. Und hier haben wir. Und UHD. Heute ist Andis Geburtstag. Und wir hauen einfach ab von seiner Feier. Ja, weil die ist nämlich echt scheiße. Die kochen da bloß für uns. Sollen sie kochen? Sollen sie raus haben Spaß? Ja. Und wir kochen ein bisschen Berlin. Eben mal um die Jungstraße. Halbe Stunde. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ach, nicht so schnell. Breaking Bad. Haha. Lustig, oder? So. So. Es nimmt auf. Es nimmt wieder auf. Wir befinden uns jetzt in dem Abschnitt. Berlin-Zehlen Dorf. Da erzählt man sich noch vom Dorf. Und wir sind jetzt am Grunewaldsee. Ne. Wie heißt der See? Wir gucken mal. Steinbottenburg. Wilmersdorf. Steglitz. Ach, wir sind hier unten. Zehendorf. Und dann müssten wir ja eigentlich... Vielleicht zum Punkt so. Wir müssen irgendwie nicht, ne? Wir schlachten sie, wa? Keine Ahnung. Ach, schätze ich mal. Ist ja auch real. Wir gucken einfach mal. Die wollen da echt drin springen? Guck dir die an. Klatsch. Die sind ja wahnsinnig. Und das im tiefsten... Januar. Wie komisch kann man sehen. Wie kann man nur so... sich sofort bewegen. Aber wie ist der, wenn jetzt schlachten sie? Mike der Jumper. Man nennt ihn auch... Jumper. So, Aufnahmelüft. Und wer zuerst den Berg erreicht hat, hat gewonnen. Ich fokussiere mal die Kamera. Wird jetzt so richtig krasser. Wettbewerb zwischen den absoluten... Rückenkranken. Aufwärts. Fertig. Los! Wenn ich freue. So! 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 Süß, kein Zeug! Guck es dir mal an. Was ist das für ein Viech? Ein Bläßhuhn. Ein Bläßhuhn. Aber mach das Ding nicht tot. Bläßhuhn. Ich bin nass. Toll Mike. Anbaden. Uiuiui. Uiuiui. Das ist ja kalt. Kalt. Uiuiui. Wie langsam. Aufroren. Okay. Ich glaube das reicht aus. Okay. Mai. Mai haben wir noch. Mai. 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 Mai kann man noch. Mai. Ich kann auf jeden Fall sagen. Es ist schon fast allein mit Wasser. Hier in Berlin. Schlachtensee. Ja. Ich werde mich mal wieder anziehen. Ja. Wie kann man nur so viel rennen. Mike. Ja. Kommt er wieder zurück gerannt. Ja. 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 Hast du angemacht. Ich zeig euch jetzt wie man einen Stein bis zu 100 Mal auf dem Wasser aufschnipsen kann. Achtung. Ich zeig euch jetzt. Ja. Ja. Der muss schön schwach sein. Und leicht. Wäre leicht. Federleicht. Und los geht's. Und los. Oh krass. Bis dahinten. Ey. Ja. Könnt ihr das. Ja. Mal probieren. Und ja. Bis nachher. Lage leer. Oha. Wie schön kann man hüpfen. Wie ein Hase zu Ostern. Oh. Ich hab gepuppt. Hördigung. Ey. Das ist Jesper. Ey. Wir haben Jesper gesehen. Jesper. Jesper. Oh Gott. Oh Jesper. Du bist du ja. Ja. Nein. 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 Das ist ja wirklich oder? Ja. Na klar. Oh. Da freut er sich aber. Mike ist mehr so mit Feuer. Ja. Mach eigentlich so meins. Nein. 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 Hier sind wir losgelaufen. An der Stelle. Und hier oben sind wir jetzt. Achso. Na ja. Hälfte. Über der Hälfte haben wir. Wenn nicht schwimmen wir rüber. Nee. Eigentlich haben wir nicht mehr die Hälfte. Ach du Scheife. Oh du für ein langer Abend. So Kleiner. Botanische Baumkunde heute wieder. Diese Pflanze. Na Mike. Wie denn? Kastanier. Richtig. Aber auf Lateinisch. Aha. Mh. 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 ARD Text im Auftrag von Funk